Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute die 10 krassesten Fortbewegungsmittel der Zukunft. In der Zukunft dreht sich alles um das Thema Klima- und Umweltschutz. Immerhin ist dies eine gute Sache und wir alle hoffen, eine längere Zeit von unserem Planeten zu bekommen. Mit zunehmendem globalen Netzwerk drängen wir uns jedoch immer mehr in die Welt. Normalerweise verlassen wir uns auf Transporte, die in der Zukunft immer wichtiger werden könnten. Im folgenden Video möchten wir Ihnen einige Technologien und coole Fahrzeuge der Zukunft vorstellen. Platz Nummer 1. Das fliegende Auto mit Elektromotor. Wenn wir uns von stinkenden Motoren fernhalten und umweltfreundliche, kohlendioxidneutrale Antriebe verwenden, können wir unser Ziel schnell erreichen, ohne an Leistung zu verlieren. Das verspricht die Kombination von Autos und Flugzeugen. Unabhängig vom Gesetz ist diese Idee seit Jahren in den Köpfen der Visionäre verwurzelt. Dies ist zweifellos der Traum eines jeden gestressten Fahrers. Manchmal, wer würde nicht alles dafür geben, im Stau einfach mal per Knopfdruck auf das fliegende Auto umsteigen zu können. Erfinder aus Braunschweig haben mit Carplane ein Dual-Mode-Elektroauto erschaffen, das sich auf der Straße und in der Luft bewegen kann. Damit steht das deutsche Unternehmen im direkten Wettbewerb mit Entwicklern, Aeromobile oder Pau-Wi-Schmiedewerken. Carplane ist jedoch mit Abstand das fortschrittlichste fliegende Auto der Welt. Es hat auch Straßenzulassungen und Flugzeugerkennung erhalten. Das Flugzeug hat seinen Erstflug bereits absolviert. Das 150 PS Flugzeug wird von umweltfreundlichen Elektromotoren angetrieben. Die Luftstrecke kann 800 Kilometer erreichen. Auf der Straße beträgt die Höchstgeschwindigkeit 180 Stundenkilometer. In der Luft beträgt die Durchschnittsgeschwindigkeit 200 Stundenkilometer. Dieses Verkehrsmittel kostet künftig weniger als 100.000 Euro und kann in 15 Sekunden vom Auto ins Flugzeug umsteigen. Diese Technologie ist bereits verfügbar und Motoren, die fossile Brennstoffe verwenden, können auch durch Elektromotoren ersetzt werden. Es wird jedoch geschätzt, dass fast 20 Jahre vergehen werden, bis die Elektroautos, die im großen Stil fliegen werden, den Himmel erobern. Platz 2 Hoverboards 2015 war das Jahr der Zurück-in-die-Zukunft-Fans. Schließlich landeten Marty McFly und Dr. Brown am 21. Oktober in In jeder Zukunft. Am meisten wird das Hoverboard mit dieser Filmreihe assoziiert. Ein fliegendes Skateboard, das knapp über dem Boden schwebt und keinerlei Anstrengung verlangt. Den Nutzer aber dennoch schnell an sein Ziel bringt. Hoverboards gehören ebenfalls zu den Top-Fortbewegungsmitteln der Zukunft und kommen dabei auch noch mit einem besonderen Coolness-Faktor daher. So arbeitet der Autohersteller Lexus an einem funktionsfähigen Hoverboard, das bereits in Aktion gezeigt wurde. Die Technologie befindet sich jedoch noch in den Kinderschuhen, das Lexus-Hoverboard bewegt sich bisher aber nur auf speziell beschichteten Böden fort. Der Vortrieb wird dabei durch den im Inneren des Boards aufgebrachte, auf minus 197 Grad Celsius herabgekühlte Magneten ermöglicht. Daneben sorgte das Hando-Hoverboard für Aufsehen und könnte sich ebenfalls als Bereicherung der Mobilität der Zukunft als würdig erweisen. Platz Nummer 3. Autonome Elektro- und Wasserstoffautos. Elektroautos sind keine bahnbrechenden Neuheiten mehr, dennoch mangelt es nach wie vor an der Reichweitenstärke. Hier ist Tesla schon recht weit. Es stellte jüngst Elektroautos her, dass mehrere hundert Kilometer mit einer Batteriefüllung zurücklegen konnte. Parallel dazu entwickelt sich die Wasserstofftechnologie weiter. Als Schlagwort kann man hier Autos mit Windgasantrieb nennen. Ferner werden intelligente Sensorsysteme erprobt, die Autos eine eigene Rechenzentrale spendieren und diesen, so das autonome Fortbewegen auf den Straßen ermöglichen. Die Rede ist von Roboterautos, die die Mobilität in der Zukunft maßgeblich prägen dürften. Intelligente Autos sollen zu weniger Unfällen im Straßenverkehr führen und Menschen effizient und umweltfreundlich transportieren. Einen Führerschein, wie wir ihn jetzt noch kennen, wird es in der Zukunft wohl nicht geben. Denkbar ist, dass die Käufer eines autonomen Elektroautos lediglich eine Betriebseinweisung mit auf den Weg bekommen. Danach heißt es einsteigen und losfahren. Während Google in den USA erfolgreich autonome Mini-Autos testet, sind Audi und Ford in Deutschland ebenfalls schon recht weit. Mercedes zeigt ebenfalls Interesse am Thema. Die Stuttgarter schickten kürzlich den ersten autonom fahrenden LKW auf eine deutsche Autobahn. Platz Nummer 4 Jetpacks Jetpacks haben die Comic-Welt schon lange erobert. Langsam werden die leistungsstarken Rucksäcke auch für den Otto-Normalverbraucher greifbar. Schon jetzt setzt die Feuerwehr in Dubai auf Jetpacks, um Brände in Hochhäusern effizienter zu bekämpfen und Menschen aus der Gefahrenzone zu bringen. Dabei setzen die Retter auf Jetpacks aus dem Hause Martin Aircraft. Das Unternehmen wollte Ende 2016 Jetpacks für Privatanwender verkaufen. Die Flugrucksäcke werden mit einem 200 PS starken Motor angetrieben und können Höhen von bis zu 2,5 km erreichen. Bisher konnten etwas mehr als 50 km überbrückt werden. Die Energie reicht für eine halbe Stunde Flugzeit. In Zukunft geht es, an den Antriebsmöglichkeiten zu schrauben, um mehr Effizienz zu erreichen. Alternativ zu einem Elektroantrieb könnte die Wasserstofftechnologie interessant sein. Jetpacks könnten eines Tages dazu verwendet werden, kürzere Distanzen schnell zu überwinden, dass wir ganzlich auf Raketenrucksäcken auf dem Rücken durch die Gegend fliegen, ist aber ziemlich zweifelhaft, dennoch passend und zugleich sehr beeindruckend. Platz Nummer 5 – Solarbikes Im Bereich der modernen Fortbewegungsmittel, die die Mobilität der Zukunft vorantreiben können, erfreuen sich Elektrofahrräder stetig wachsender Beliebtheit. Schließlich werden die motorisierten Stadtflitzer günstiger und somit für den Durchschnittsverbraucher erschwinglicher. Die nächste Stufe sind Fahrräder, die sich autark selbst mit Strom versorgen, sodass ihre Akkus nicht mehr zwischengeladen werden müssen. Ein kleiner Energiespeicher, um bei weniger Sonneneinstrahlung genügend Energie für den Vortrieb parat zu haben. Jesper Frausig aus Dänemark arbeitet bereits seit einiger Zeit an einem solchen Solarbike. Das mit solchen Solarpanelen ausgestattet ist, diese befinden sich an den Speichen des Rades. Anstelle der Halterung für die Trinkflasche ist ein ovaler Batteriespeicher angebracht. Das Solarbike produziert genügend Strom, um seinen Fahrer eine Weile antreiben zu können. Unterstützt der Fahrer den Antrieb mit eigener Muskelkraft, wächst die Reichweite. Das Solarbike, das sich jedoch im Prototypenstadium befindet, erreicht schon jetzt Geschwindigkeiten von bis zu 70 km pro Stunde. Ein ziemlich interessantes Konzept, das übrigens bei Elektroautos schon im Großen erprobt wird. Ziemlich fortschrittlich ist das aus einer niederländischen Studentenschmiede entsprungene Stellar-Lux-Auto. Das Fahrzeug wird von auf dem Dach befindlichen Solarzellen angetrieben und produziert somit selber Strom. Auch der Erfinder Peter Ginzburg hat sich zu dem Thema bereits Gedanken gemacht. Seine Vision von Mobilität der Zukunft ist ein Gefährt, das einem Fahrenden eigleicht und halb mit Motorkraft und halb mit menschlicher Muskelkraft angetrieben wird. Platz 6. Solarflugzeuge Das Thema Solarenergie wird im Hinblick auf die Fortbewegungsmittel der Zukunft eine stets zunehmende Gewichtung bekommen. Schließlich müssen Fahrzeugbauer auf lange Sicht den Aspekt des Umweltschutzes forcieren. Alternative Antriebsmöglichkeiten existieren bereits. Vorrat her bei Flugzeugen mit Solarantrieb ist das deutsche Unternehmen PC Aero. Im August schaffte Erik Reimund, der Präsident des PC Aero, gemeinsam mit seiner Frau erstmals in der Menschheitsgeschichte eine Alpenüberquerung mit einem Solarflugzeug im Sunseeker Duo. Platz 7. Autonome Gondel Mit dem Wandel der Zeit, der Technologien und unter Berücksichtigung der Optimierung des Alltags und der Lebensqualität müssen wir uns auf lange Sicht von Werten trennen, die uns seit Jahrzehnten vertraut sind. In Zukunft verfügt nicht mehr jeder über sein persönliches Gefährt. Stattdessen nutzen wir intelligente Transportsysteme, die effizient fahren, uns schnell ans Ziel bringen und die Umwelt aktiv schonen, wie etwa selbstfahrende Gondeln. Ein solches Zukunftskonzept hat das Team von NextFuture jüngst vorgestellt. Die Vision ist recht einfach und dennoch genial. Dabei werden intelligente Gondeln eingesetzt, die sich zu größeren Zügen organisieren und sich aber gleichzeitig intelligent abspalten können. Der Nutzer wählt sein Ziel, steigt in eine der Gondeln ein und wird im Verlauf darüber informiert, ob ein Wechsel stattfindet und wie dieser vorgenommen werden muss. Während der Transportzeit kann bereits ein Platz im Zielcafé reserviert und die Fahrt selbst zu einer weiteren Tagesplanung benutzt werden. Herzstück des Systems ist ein cloudbasiertes Navigationssystem, welches die Gondeln steuert und stets für eine optimale Auslastung sorgt. Der Vorteil der intelligenten, selbstfahrenden Gondeln ist, dass sich keinerlei Schienensysteme benötigt werden, um sich in der Stadt oder auf dem Land fortbewegen zu können. Bevor dieses Konzept allerdings Realität wird, können bereits Roboter-Taxis eingesetzt werden. Hierbei handelt es sich um autonom fahrende Autos, die Kunden von A nach B bringen. Forschern zufolge könnte eine ganze aus Roboter-Taxis bestehende Flotte bis zum Jahr 2030 stolze 90% der im öffentlichen Straßenverkehr freigesetzten Emissionen oder Treibhausgasen einsparen. Platz Nummer 8 – Roboter Etwas abgefahren, aber ebenfalls denkbar, Roboter, die uns als Fortbewegungsmittel dienen. So hat ein Team aus Massachusetts bereits spinnenähnliche Roboter namens Stumpy entwickelt, der über sechs hydraulische Beine verfügt und in der Mitte zwei Sitze beherbergt. Der Roboter zeichnet sich dadurch aus, dass er günstiger als bisherige Produkte ist und zudem als Rettungsroboter zum Einsatz kommen kann. Ein Roboter als Fortbewegungsmittel dürfte demnach nicht gänzlich ausgeschlossen sein. Mit entsprechenden Fähigkeiten können sicher die Hürden überwunden werden, bei der der Entwicklung von Autos und Co. als unüberwindbar gelten. Eine Kombination aus Auto und Roboter in Richtung eines Transformers ist ebenfalls denkbar. Platz Nummer 10 – Amphibienfahrzeuge Bei allen Gedanken an Fortbewegungsmittel der Zukunft fallen uns neben coolen Gadgets immer wieder praktische Vehikel ein, die gleich mehreren Zwecken gerecht werden. Die Rede ist von Amphibienfahrzeugen, die nach wie vor in einer überschaubaren Zahl entwickelt werden, für viele Menschen ziemlich interessant sein dürften. Einen finalen Durchbruch konnte dieser Zweig bisher aber noch nicht verzeichnen. Zu verschieden und zu individuell sind die Technologien. Recht spannend ist da beispielsweise das Amphibienmotorrad des neuseeländischen Erfinders Alan Gibbs. Das 55 PS starke Biski ist ein Mix aus Motorrad und Jetski und erreicht auf den Wasser Geschwindigkeiten von bis zu 60 km pro Stunde. Die Umrüstung von Land auf Wasser Modus dauert lediglich 5 Sekunden. Das Unternehmen Watercar hat 2013 mit dem Panther ein Amphibienauto vorgestellt, das als schnellstes Auto seiner Klasse zählt und stolze 305 PS leistet. Das Auto ist ebenfalls in der Lage, sich in nur wenigen Sekunden vom Straßenfahrzeug in ein Wassergefährt umzuwandeln. Platz Nummer 10 – Eine ziemlich spannende Sache, wenn es um das Thema Fortbewegungsmittel der Zukunft geht, stellen Drohnen dar. Drohnen sind schon jetzt sehr verbreitet und erreichen zunehmend den Privatanwender. Die unbemannten Flugobjekte sind mit hochauflösenden Kameras ausgestattet und verfügen über Modi, die es ihnen ermöglichen, den Nutzer aus der Luft zu verfolgen, um spektakuläre Aufnahmen zu machen. Mit der Weiterentwicklung der Technologie, stärkeren Batterien und Motoren können uns Drohnen eines Tages durch die Lüfte transportieren. Ähnlich wie bei Roboterautos und Gondeln am Boden, um die Dimensionen einer solchen Transportdrohne greifbar zu machen, hat der YouTube-User Gasturbine101 einmal ein Gerät gebaut, das aus 54 Drohnen besteht und in der Lage ist, samt Pilot wenige Male abzuheben. So, ich hoffe euch hat dieses kleine Video hier gefallen, die spannendsten Fortbewegungsmittel der Zukunft waren mit dabei. Falls ihr noch ein paar Vorschläge habt oder ein paar Wünsche, schreibt es einfach in die Kommentare und ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge und ciao. Bis zum nächsten Mal.